Herzlich Willkommen bei Bicycle Holidays Max Hürzler. Seit 23 Jahren organisieren wir Radsportferien auf Mallorca. Schon als Profi und Weltmeister erkannte Max Hürzler die Insel als ideales Trainingsgelände für Radsportler. Auf Mallorca, in Andalusien und im Zillertal organisieren wir Radsportferien für Rennfahrer, Hobbysportler, Biker, aber auch für Genussradler. Wir kennen die Bedürfnisse der Radsportler und Aktivurlauber. Gutes, reichhaltiges Essen ist genauso wichtig wie die radsportgerechten Einrichtungen und Installationen. Wir führen Touren in allen verschiedenen Leistungsklassen durch. Vom Profi bis zum Genussradler fühlt sich der Gast bei uns rundum wohl. Dabei soll auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz kommen. Mit unserer speziell ausgearbeiteten Radsportkarte entdeckt auch der Individualfahrer die schönsten Strassen abseits von grossen Verkehrsströmen. In unseren Stationen stehen top gepflegte Rennräder, Sporträder und Mountainbikes zum Mieten zur Verfügung. Unsere Gäste werden dafür speziell ausgemessen. In unseren Boutiquen finden Sie ein breites Sortiment an Radsportbekleidung zu unglaublich günstigen Preisen. Radsportferien sind Aktivferien pur. Unser Angebot ist genauso vielfältig wie es die Bedürfnisse unserer Gäste sind. Wir setzen alles daran, dass Sie mit Bicycle Holidays Max Hürzler erlebnisreiche und unbeschwerte Radsportferien geniessen können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.